Sehr geehrter Herr Präsident, hohes Haus, liebe Zuschauer am Stream, und ich sehe, es sitzt noch einer auf der Tribüne. Zunächst einmal hielt ich diesem CDU-Antrag eigentlich für überflüssig Beschäftigungstherapie für Abgeordnete, denn haben wir nicht vor etwa einem Jahr über die Kompetenzzentren beraten und wurden nicht entsprechende Beschlüsse gefasst, für die behindertenspezifische Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlich Tätigen leisten diese Zentren nämlich eine große Arbeit, eine großartige Arbeit. Sie bilden nämlich die im Antrag erwähnten Lotsinnen und Lotsen aus, und das können sie am besten, denn diese Lotsinnen und Lotsen sind sehr häufig selbst Menschen mit Behinderung. Aber die Forderung nach Ausbau der Erwachsenenbildung, auch für Menschen mit Behinderung, steht ja auch schon im Aktionsplan der Landesregierung. Und im Ausschuss kann natürlich auch geprüft werden, ob die Landesregierung nicht ein wenig mehr hätte tun können, um eben diesen Aktionsplan auch umzusetzen. Und ja doch, leider nur in der Begründung gibt es etwas Gutes. In dem konkret abzustimmenden, aber nicht in dem konkret abzustimmenden Beschlussvorgang haben. Die Art und Weise, wie viele Sozialämter mit Aufwendungskosten nicht nur von Schwerbehinderten mit Aufwendungskosten für ehrenamtliches Engagement allgemein umgehen. Es wurde ja schon gesagt, solche Kosten sind nicht erstattbar und sollen daher nicht angerechnet werden. Das geschieht aber oft. Und es ist so, die CDU blockiert Klarstellungen, die man auf Bundesebene hätte vornehmen können. Da gab es nämlich mehrfach schon Vorschläge. Gerade Ehrenamtler mit Behinderung haben hier oft auch mehr Bedarf, der zum Beispiel im Rahmen der Einwilligungshilfe erstattet werden könnte. Aber auch hier weigern sich die Kommunen. Die CDU-Forderung, einen Landesfonds für solche Kosten aufzulegen, heißt im Klartext, das Land soll in letzter Konsequenz die finanziellen Verpflichtungen anderer übernehmen. Und es ist eben im Sozialgesetzbuch gar nicht vorgesehen, die Kosten hierüber abzudecken. Sinnvoller wäre es hier, das Sozialrecht zu ändern und gegebenenfalls die Mittel, die sie für den Landesfonds vorschlagen, dann den Kommunen zur Verfügung zu stellen, dass diese nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Wenn die Landesregierung oder auch Frau Kraft persönlich nicht wollen, dass man ihr Engagement in Sachen UN-Behinderten-Charta als bloße Sonntagsreden bezeichnet, dann sorgen Sie bitte dafür, dass die Behörden angehalten, die von ihnen gewünschte ehrenamtliche Arbeit nicht zu behindern. Notfalls muss man halt auch vom Verfassungsgericht klären lassen, was höreinzurechnen anzurechnen ist. UN-Charta, das Sozialgesetzbuch oder amtsinterne Durchführungsvorschriften der Sozialämter. Klarstellungsversuche auf Bundesebene sind hier, wie ich schon sagte, mehrfach auf den Weg gebracht worden. Aber die CDU-Kollegen in Berlin mauern. Der Ball liegt jetzt bei der Landesregierung. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ehrenamt Ihre Tätigkeit, speziell auch die Peer-zu-Peer-Beratung und das Lotsentum nicht torpediert werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ricke. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Löhmann.